Das ist der Lukas mit schöne lange blonde Haare und so sehen die aus, bevor sie gebratet werden und dann werden wir noch zeigen. Markus ist jetzt fertig und die sind sehr schön geworden. Lukas, Entschuldigung, ich habe mit Markus, Lukas, Entschuldigung. Also das ist sehr schön geworden, wie wenn du sie ewig hättest. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dass wir uns irgendwann mal in sechs Monaten oder in einem Jahr sehen. Habt viel Spaß und tschüss. Ciao. 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 Ciao.